Heute möchte ich mit euch über die coolste Eigenschaft meines Hobbys reden. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anastas Schandmann auf KORBAU TV und das coolste an dem Hobby ist, dass es so viele Hobbys in sich vereint. Meine Frau zum Beispiel, die interessiert sich mehr für textile Sachen. Sie macht mittelalterliche Haarnetze, sie macht Brettchenwebborten und sie näht. Ich wiederum mache Nähnadeln, Musik, Bogenschießen und ich kämpfe. Und dennoch machen wir dasselbe Hobby. Also es ist so, dass wir ein Hobby haben, das so viele Hobbys in sich beinhaltet, dass eigentlich jeder in der Familie irgendwas finden kann, das er in dem Hobby mag und wo er sagt so, ja das ist ein Hobby für mich. Wie zum Beispiel mittelalterliche Spiele spielen, gut essen und trinken, kochen, am Lagerfeuer sitzen, schnitzen, Metallbearbeitung, Lederbearbeitung, reiten, kämpfen, Bogenschießen, was auch immer. Es ist so ziemlich alles da drin, also von verschiedenen Handwerken, Produktionstechniken bis hin zu Mode oder einfach nur abhängen mit Freunden oder mal ein Bierchen trinken. Es ist einfach alles da drin und es ist alles ein und dasselbe Hobby. Da kann die ganze Familie, obwohl jeder was anderes macht, ein und dasselbe Hobby teilen. Und das ist doch wohl eigentlich was, was nicht sehr oft ist. Tennis Club musst du Tennis spielen. Fußball Verein musst du Fußball spielen. Natürlich macht man das ja, weil man es will, aber macht das dann auch die Frau im selben Verein oder die Kinder im selben Verein oder die Großeltern. Ja, denkt mal drüber nach. Geilstes Hobby von Welt? Für mich. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss, euer Arnolf.